Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Weiter geht's. Wie man sieht, ich habe wieder einen Mod installiert. Eigentlich hatte ich das Ganze schon mal drin. Nämlich das E3 hat. Naja, vielen Dank, aber nein danke. Eben wie erwähnt, ich habe das E3 hat wieder installiert. Mittlerweile funktioniert auch die Health Bar, die oben links angezeigt wird. Oder ich finde, es sieht viel besser aus. Das mit der Minimipumpenrechts gefällt mir sehr gut. Die Schriftart, also von den Aufregungen, fällt nicht mehr so weit ins Bild hinein. Also ich bin sehr gut. Faschatast wieder mal. Gut gemacht, die Eddies sollten auf deinem Konto sein und schon hast du ein paar mächtige Freunde. Ja, 143.000. Genau, in der letzten Folge waren wir da hinten bei diesem abgestürzten Hubschrauber. Und ich habe die Gegend hier noch ein bisschen durchforscht. Allerdings gibt es hier oben wirklich gar nichts mehr. Also vorerst. Was man irgendwie machen könnte. Und mir ist noch aufgefallen, wir sind bald bei der 100. Folge angelangt. Was ziemlich krass ist. Knappe über 40 Stunden, die ich das Spiel jetzt hier schon spiele. Und mir kommt zwar vor, als ob wir absolut gar nichts erreicht hätten. Weil es einfach so unglaublich viel Stuff ist, den man machen kann. Und ja, heute ist jetzt wieder die Frage, was machen wir als nächstes? Was machen wir? Missionen. Down on the street. Das ist Sache mit Takemura. Gib dich zur Kapelle. Eigentlich bin ich ja heiß drauf, mal Phantom Liberty anzuzucken. Oder Ich lasse das für die hundeste Folge. Ich lasse das für die hundeste Folge. Habe ich gerade so entschieden. Wir gehen Das ist ja halt die Frage. Wir haben noch fünf Folgen, die ich hier füllen kann. Be on the bread. Call me rush. Das könnten wir machen. Das ist einen Kilometer entfernt. Das sind nach wohin die Koordinaten führen. Das bringt uns zwar wieder in die Badlands, aber wir sind eigentlich ziemlich nah, was das betrifft. Die Koordinaten haben wir recht nen Auftrag gefunden, woher ich da richtig bin. Allerdings weiss ich gerade nicht mehr wo genau. Ich glaube das wird uns gleich gleich wieder enthüllt. Mal schauen. 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 Aber ich finde es gut. Darauf habe ich eben lange gewartet, weil dann Patch gefehlt hat für die Hero Bar. Weil die nicht funktioniert hab. Und jetzt kommt es wieder ein bisschen 100% Waren wir hier hinten nicht schon mal? Ich glaube es sogar Ja doch, hier waren wir schon Wir müssen das nicht dorthin, wo vielleicht von Dex liegt Könnte sehr gut sein Aber was wollen wir denn hier? Ich habe die ja schon vorher gefunden Er liegt eigentlich immer noch hier 4600 haben wir jetzt bekommen Denkst du dir schon Okay Ah, fuck a dog doll Eine Sache, die ich weiß, wie ich meinen eigenen Namen Du wirst nicht auf die Schleppchen Schleppchen Bestes Fall ist Du findest einen halben Gallon Juckes Rancid-Milk Schmerzen? Motherfucker auf eine schade Masse Das ist Reis Bartmoss Wer? Ja, ich kenne den zwar nicht, aber wir haben die Dings hier verfügbar von daher Wie, Bartmoss? Dätacrash-Rabid Bartmoss Guy, die die erste Net Die erste Net Das war nicht Das war nicht Ja, ja ihn Ich würde mich an das Mug an Anywhere WANTED Posters All over town Back in 2020 Public Enemy Number One Dead or Alive Half the city was on the hunt Poor Bastard Ended up here as a dead rat in a cool box Till some circuit blew and he thawed like so much meat Aha Yeah, about 20 years back, judging by the stench Well, stood about as much as I can Gotta go Hold up, hold up Gotta be some electronics in here First Net Relics Almost crank powered Be ashamed just to leave it Even if there is, it's bound to be bunk Bound to be? Wouldn't be so sure Only one way to find out Need to think about it Said the Ganku missed the shuttle Come on, look inside Okay And that's amazing Wow, wow An SGI Tech Elisla Best cyberdeck in its class See? Worth getting a little rod on your hands sometimes Hey, just thinking Cat at the afterlife Goes by Nyx Looked like somebody who'd know legacy tech Chat him up, see what happens Could end up pulling something from it Okay, of course Rest in peace, Bartmots Rest in peace Rest in peace Okay, something that I don't find so nice That's the scanner It's a bit... Dark and very red But okay Vielleicht will ich da noch eine Alternative Die man zusammen mit diesem Mod hier Vielleicht benutzen könnte Aber schauen wir Lieblich zum Auftreiber Sprich mit Nyx Der 4,2 Kilometer entfernt Jetzt frage ich mich Ob man in diesem Modbus schon vorher finden Hätte finden können Also als wir schon hier waren mit Dexter der Show Möglich? Möglich auch nicht Sieht schon nice aus Das spiel ich lieb's Und die Musik einfach immer wieder in Handel Nooo Schon wieder falsch Das sind Autobahnkreuzzi Gehen müssen wir rechts Dann müssen wir rechts Das Spiel ist auch ziemlich geil. Hiroshi. Zeocho. In diesem Gebiet, Charterville, müssen wir hier noch ein bisschen mehr umschauen. Da war das gar nicht. Hier gibt es bestimmt wieder interessantes Zeug. Zum Anschauen. Das sieht schon episch aus. Das sieht schon aus. Das sieht aus. ein kleines Riebel ein kleines Framespike so immer gleich sind wir da ich weiss ja man könnte auch schnell reisen usw aber ich finds irgendwie cool so durch die Strasse von NC zu cruisen und neue Gebiete zu sehen ich vielleicht gar noch nie gesehen hab vollidiot ok ab hier zu fußen wir müssen irgendwie runter wahrscheinlich hier hinten lang genau dann wieder mal up ins afterlife lange wars hier ja ey Kumpel danke was denn wie mit deinem Rennen oder was komm ich gleich später irgendwann mal dazu vielleicht mal schauen ja man up to mix was 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 war ja 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 naja gut wir hatten wir hatten jetzt gar nichts gezeigt so jetzt haben wir ihnen händler ok ok so läuft das also ja 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 Wunderbar, wie lange Heda durfte die Wurzeln, wenn die Wurzeln nicht ausgingen. Denkst du kannst du etwas ausziehen? Hm. Technik ist weg. Immunität verletzelt. Die Memmkübe auf dem Memmkübe. Wird neben der Divine. Spare mir die zwei Schritte. Ja oder nein? Ich kann versuchen. Ach. Verlust ist eine bestimmte Möglichkeit. Dann wird alle Daten verloren. Done and gone. Klar. Warum nicht versuchen? Macht ja keinen Unterschied, als wenn wir das gar nicht versuchen würden. Wenn sie dann nachher halt vielleicht los sind. Kein Risiko. Kein Reward. Kein Reward. Kein Reward. Ups. Und die Reward! Alles. Alles, alles. Oh, V. Oh, V. vị, keine S refuge. Er Yanke. Ich dachte,, wenn du das ganze Geschehen will, der die Heiligrailf sohleid, dann den Teufel und ein Dom rettet ihr mit Caramel Corn und Pop-Turds. Jetzt, lass uns das einfach auf einmal machen. Ich sag dir, das Beste mit dem Video ist. Hm. Hm. Die meisten Daten sind korrupt. Aber nicht alle. Passwort. Ein Dictatak, vielleicht. Nichts zu tun. Und was für ein Wettbewerb? Ha! Wir sind Gold. Ein weiteres Problem. Aber es sollte so einfach wie viel. Mein, mein. Von allen Leuten, Bartmoss sollte man besser machen. Scheiße, Ratsch. Ideen, V, schnell und schnell. Ein paar Minuten und seine Skullsponze wird gut gemacht. Okay, was haben wir hier? Wir haben gesehen, was wir haben. Einen Gebrauchler. Du bist absolut sicher, dass du... Sch... 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 Ich dachte schon... Ich hatte die Bevölkerung, dass da irgendwas passiert. Ähm... Fuck. Dieben A5... Fangfangen Siebner. Was hat ein Jack hier? Ah... Ah... Unruh... Mannache, ein Muffin. Bathest du? Du schreitst? Wahrscheinlich. Du schreitst? Es fühlt sich als ich einen Schull voll von heißen Hörn. Was ist einfach... Was ist gerade passiert? Du begann zu verhörern, die Lichts rausgekommen, die Schmerzen begann zu sparen. Ich habe mich gesessen und fertig gemacht. Hold up, hold up. Ich meine, du hast zu sagen, du hast Badmau's däcken? Du hast gerade dich? Du? Damn straight. Ich bin der beste Netrunner in der Stadt, nachher. Bout it, kid. Aber vielleicht ein paar Tage. All right. Mal sehen, was du von diesem Artifakt hast. Logs. Mail. Chat-History, von sowas. Potentially interessant. Aber nichts explosives. Ah, schade, kinda. Well, I guess I can delve some more. See if I can't find something interesting in there. Listen. My services usually command a tidy sum. But this time, well... Seems you rendered me a service. Take this. Handful of demons live on that shard. Wasn't Bartmoss who coded them. But they should be useful nonetheless. Thanks, Nyx. You gonna get it together? Be all right? Or you need help? No, no. Be just fine. A couple of painkillers washed down with whiskey. And I'll be a new man. Und Mirage. Abgeschlossen. Oh, da hatten wir gerade noch Glück. Sonst wäre er jetzt, ähm, afritiert. Bartmoss ist schuld von Bugbeer. Wenn ich mir vorstelle, wie das net vor Bartmoss war, sah ich tausend potenzielle Bedrohungen. Und tausend Möglichkeiten. Natürlich war das gesamte System völlig instabil. Konzernrunner an einem Ende. Unberechenbare Nachkriegs-KIs am anderen. Es war kein Wunder, dass die Finanzmärkte in den Keller rutschten. Virusmutationen, die runter machten. Und Runner ab und an in ihren Wohnzimmern frittiert wurden. Bartmoss sah das net als Granate, die nur darauf wartete, dass endlich jemand den Stift sieht. Und genau das tat er am Ende. Scheiß drauf, oder? Soll die Welt ruhig brennen. Bartmoss hat das System gefickt. Und uns alle gleich mit. Seht es euch doch an. Die Konzerne stehen, wie immer ganz oben, die Blackwall. Die uns nach dem Crash schützen sollte, ist nur ein weiteres Kontrollwerkzeug im Netwatch-Arsenal. Vor Bartmoss war das net ein ungezähmter Dschungel, solange man sich in ihm zurechtfand. Hatte man die Chance, zu überleben. Man war frei. Seit Bartmoss eingreifen, ist das nett wie der Sicherheitscheck am Flughafen. Netwatch überwacht jeden Schritt, den wir tun. Wir prüfen Papiere und durchsucht uns bis auf die Knochen. Aber natürlich nur zu unserer eigenen Sicherheit. Alles klar? Hoffentlich. Netrunners jetzt. Ich weiss zwar nicht, was wir bekommen haben, weil es ihm nicht stand. Vielleicht könnte das jetzt wieder ein anderer Bug sein von... hat. Dass da nicht alles angezeigt wird. Wäre ein bisschen doof oder schade. Und dann habe ich es bloß übersehen. Und dann habe ich es bloß übersehen. Ich könnte auch was von hier gewesen sein, natürlich. Möglicherweise. Naja gut. Vielen Dank für... Nicht so viel. Oder was auch immer. Wir sehen uns ein anderes Mal wieder nichts. Sorry fürs Splitieren. Naja gut. Wir machen ins Nuclear und 50$. Auch schande. Bike. Wmanst du ? join die Ein in einer Namen von Kassar hin? Ja, genau. Wichtig. Wo wird eigentlich der Zugangs-Split autorisieren? Na ja, gut, dann würde ich sagen, war es das schon wieder für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Immerse yourself in Cyberpunk 2077 Samurai We have a city to burn